Herzlich Willkommen zurück zu Hexen. Nach einer kleinen Pause meiner Seite gibt es einen Waiter. So. Nein. Lorden. So, wo waren wir? Ich habe keine Ahnung mehr. Wir haben gerade irgendetwas gelöst. Frag mich aber bitte nicht was. So. Eigentlich müssten noch jetzt... Was war denn das? Nein. Doch. Sind jetzt hier mittlerweile die Dinger eigentlich aus? Das sind die Dinger aus. So. Ohhhhhhhh Und wie kommen wir in diese komische Dinger rein? Ich weiß aber gerade nicht wie Aber da gibt es noch so eine Räume oben und unten und da wo so viele Striche sind, da sind noch richtige Räume Aber ich weiß gerade nicht wie wir da reinkommen Hier ist auch noch zu Hmmm Oh wow, tut doch weh Was machst du denn da? So, da wäre schon offen Also, wir könnten quasi die Hard schon verlassen, weil das ist das Ende der Hard Ähm Aber ich weiß nicht, ob es noch was gibt Ist alles schon so lange her Weil wir haben halt die Hälfte von uns im Rätsel gelöst Und ähm Warte mal, warte, 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 warte Äh, Garden of Ice Ich glaube wir müssen bei Garden of Ice rein Da war doch bei dem linken Raum auch noch ein Teleporter Und da müssen wir glaube rein Weil der rechte Teleporter hat uns ja zu der komischen Lava-Dingster geführt Mit den Vögeln Äh Und der linke Raum, den müssen wir zu dem Eis-Dingster-Wumpster führen Das Ding hier Das müsste das eigentlich so Jawoll So Ja, es hört nicht auf, es wird noch mehr So Okay Geschafft So, genau Jetzt sind nämlich diese Dinger hier aktiv Ähm Mit Dinger meine ich jetzt hier diese Fahrstühle Die Dinger Und dadurch, dass die Seite aktiv ist, ist nämlich jetzt auch die andere Seite aktiv Die andere Seite ist nämlich genau diese Stahlseite Und äh Da müssen wir einen Schalter umlegen Und dann passiert irgendwas Ich hab keine Ahnung mehr was denn passiert Aber irgendwas wird das schon passieren So Ähm Uah Ja, das war super nice So Da, der Schalter Das ist der eine Das ist der eine Und dann gibt es noch einen Schalter Und dann gibt es noch einen Schalter Wo Was Was Wei Was Not Was Das war's für heute. Ich gebe das mal aus, was ich da? Ich gebe das mal aus, was ich da? Uah! Wow! Was ist das? Okay. Ich hatte aber keine Meldung mit, dass irgendwie Hälfte oder so gelöst wurde. Ach, kann man jetzt hier mal irgendwie so? Gerself, lalala. Ah, das ist jetzt schon noch gar nicht fertig. Und was müssen wir noch machen? So, mit Stone Grinded meint ihr da vorne das Ding? Ja, genau. Aber auch das ist noch nicht... Ähm, kenn ich das? Oh! Oh! Gibt es hier mal ein paar Fläschkens? Nein! Doch! Vögel! So, was war von einer auf der anderen Seite? Ja. Doch! Der hat uns nämlich gerade überhitten. Ach, der ist auch nur einer. So. Oh! Alter, die fällt mir aus! Die hält mir aus als mir lieb ist. Ähm... Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ähm... Was ist das? also jetzt von den fischern schon mal zwei arten einmal welche die grüne bälle verschießen und einmal welche die rote bälle verschießen hier ist ja noch einer Willenskrieg beide Schaden. Ah, ja, das mit denen hat man halt einfach nicht unerwarten, da bringt alles nichts. Was? Oh Gott. Naja, das machen wir dann mal in der nächsten Folge. Schau mit V.